So, zum ersten Mal seit ganz ganz langer Zeit wieder zum Lüheanleger, in der Hoffnung, dass die Infrastruktur da wieder funktioniert, ob man da zumindest was zu essen oder zu trinken bekommt. Wir werden sehen, wie das da abläuft. Hinter mir ist BM Ika, dahinter ist der Stefan. Stefan mit der Kawasaki. Stefan mit der Kawasaki. Wetter vom feinsten, 23 Grad, alles bestens. Das ist so ein Klima, wo Motorradfahren da so richtig viel Spaß macht. Da kommt man aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. So, hier könnten wir jetzt, wenn wir wollten. So, hier kommt man aus dem Grinsen. So, hier kommt man aus dem Grinsen. So, hier kommt man aus. So, da kommt man aus, in den Wind horizontal- Das war es für mich. So, jetzt wird es langsam interessant, gleich werden wir wissen was passiert oder was los ist. So, jetzt wird es langsam ab. So, jetzt wird es langsam ab. So, jetzt wird es langsam ab. Ich bin mir nicht mehr so sicher, vielleicht könnte er auch original sein, aber er hat ja schließlich ein H-Kennzeichen, also muss er mindestens 30 Jahre alt gewesen sein. Also es ist schon mal geöffnet. Das Fluttor. Oh, 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 da ist was los. Und die Polizei ist da. Oh nein. Ich kann ja niemand sagen, wir dürfen ja nicht hinfahren. Gut, fahren wir auch richtig den Regeln entsprechend. Oh, oh, Abstand halten. Gucken. Oh, oh. Oh, da ist der Platz. Was macht der denn hier für eine Prüfung vorne? Ist doch Platz genug. Oh, ja. Oh, das war ja krank. Oh, das ist das weg. Oh, danke. Oh, das ist gut. Oh, das ist schön. so Stefan führt uns jetzt ein Stück durchs alte Land zur Autobahn A26 glaube ich. Die rauschen wir dann runter von Horneburg bis Neukloster. Das ist nur ganz kurz und dann machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Aber ein helles Rücklicht BMIK. Das ist wirklich hell. Ach nee, das war die Bremse. Also um mal zusammenzufassen, die Lage am Anleger war eigentlich recht normal. So wie sonst auch. Gut, man musste sich beim Anstellen da für unser Fischbrötchen ein bisschen an die anderthalb Meter halten, Abstand. Aber das schreckt schon so viele ab, dass man relativ schnell drankommt. Ansonsten war alles gut. 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 So, jetzt kommt das Stückchen Autobahn. So, jetzt kommt das Stückchen. 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 So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. So, jetzt kommt das Stückchen. 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 tschüss war doch schön hat spaß gemacht richtig spaß gemacht gerne wieder da ist er ja alles gut kalle warte warte alles ist gut ja du hast es fast geschafft klappt nicht immer ne guck dann nimmt den alles gut lauf 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 laufgabe ja ja hallo kalle hallo kalle hat ihn auch okay willst du den na gut